Du stehst irgendwie neben der Spur oder suchst ein cooles Warm-up, um in dein kreatives Projekt zu starten? Ein gebrochenes Stück Zeichenkohle und ein paar Bögen Zeichenpapier genügen, um wunderbare Spuren zu erzeugen und ganz nebenbei bei dir selbst zu landen. Für die Geste mit der flachgelegten Kohle beachte nur, ausatmen bis zum Ende der Bewegung, variiere den Kohleandruck, experimentiere mit Drehbewegungen deiner Finger. Wenn du mehr über den spannungsreichen Einsatz von Zeichenkohle, gerade auch als Brückenwerkzeug zur Malerei, erfahren willst, empfehle ich dir meine ausführlichen Malerei-Tutorials auf innerartist.me.